Jo Leute, herzlich willkommen in der Lagune. Ich werde besser im Schach. Ihr könnt mir dabei zugucken, mir Tipps geben und vielleicht auch ein bisschen besser werden, obwohl ich fast glaube, das ist nicht möglich, dass ihr besser werdet, wenn ihr mir ausgerechnet zuguckt. Nein, also es ist nun mal so, man fühlt sich manchmal ein bisschen dumm, wenn man diese Rätsel hier nicht gelöst bekommt und das war bei den letzten drei Malen der Fall. Das waren alles drei relativ schwierige Rätsel, deswegen habe ich dann auch irgendwann frustriert aufgegeben und gesagt, so heute machst du kein einziges Schach-Rätsel mehr und schläfst erstmal eine Nacht drüber. Das habe ich jetzt getan und wir steigen sofort wieder ein in unsere leichten Sommer-Clips. Dieses Rätsel müssen wir schaffen, weil sonst geht die Welt unter, ist ja klar. So und zwar könnten wir hier den König angreifen, das wird mir zurückgeschlagen möglicherweise und geht dann, so ich werde jetzt wieder mal angerufen, Moment mal kurz. Und ja, ja, irgendwie von Anrufen unterbrochen zu werden, hat ja auch sein Gutes, zeigt mir immer, dass ich nicht ganz unwichtig bin. In dieser Corona-Zeit ist es nämlich manchmal so, dass man nicht mehr so ganz weiß, ob außer einem selber überhaupt noch andere Leute leben, weil man ja nicht mehr so ganz genau weiß, wofür man seine Kunst macht. Jetzt, jo, wenn man vom Teufel spricht, musst du nochmal kurz pausieren, aber jetzt können wir mal langsam überlegen. Also wir haben die Möglichkeit Schach zu sagen. So, da waren wir gerade stehen geblieben. Ich glaube, wenn Schwarz clever ist, würde er so spielen. Und dann ist da nicht mehr allzu viel zu holen. So, was ist denn, wenn ich hier sofort Schach sage? Dann kommt hier der Läufer, der, ah, dieses sneaky Läufer. Dann komme ich aber mit meinem zweiten Turm an und dann ist eigentlich nicht mehr viel zu machen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kann nur noch der Turm hier hin und dann schlage ich den Turm und habe Schachmatt gesagt. Das sieht mir fast ein bisschen zu einfach aus. Aber ich würde sagen, wir probieren es. Das sieht für mich plausibel aus. Manchmal, ich muss auch ein bisschen Vertrauen mal gewinnen in meine Überlegungen. Deswegen mache ich das jetzt mal. Bester Zug. Jetzt sag nicht. Das waren jetzt plus sechs. Offensichtlich gibt es einfach immer mal auch wieder Leichte. Ja, das ist doch schön. Dann, komm, eins machen wir noch. Das fände ich jetzt ein sehr kurzes Video. Drei Minuten. Nee, auf zehn Minuten dürfen wir schon kommen. Das war ja ein Witz. Also diese Rätsel mit einstelligen Punkten, die sind so lächerlich einfach, dass ich dann denke, das kann ja eigentlich nicht sein. Das wäre ja viel zu leicht. Um wahr zu sein. Aber das Schöne ist auch, ich habe relativ schnell auch die Sicherheit gehabt, dass das wahrscheinlich stimmt. Und das zeigt mir auch, dass ich da ein bisschen mehr Selbstvertrauen in meine eigenen Überlegungen habe. Weil sonst ist man ja dann doch so verunsichert und hat Angst, man hat vielleicht was übersehen und so. Also einfach die Lage analysieren, nach bestem Wissen, ob man jetzt alles bedacht hat und dann auch den Zug machen. Ja, Schach ist nun mal auch ein Spiel gegen die Uhr. Jetzt bei den Übungen zum Glück nicht, aber im richtigen Leben dann eben doch. Ist das wieder so ein leichtes Rätsel. Und wenn ich jetzt hier schlage, nicht schlage, sondern einfach reingehe, sage ich Schach. Und ehrlich gesagt, sehe ich keine wirklich gute Antwort für Schwarz. Ja, weil ich gleichzeitig auch das Pferd bedrohe. Und wenn ihr Schwarz jetzt sagt, okay, ich hebe auf diese Weise das Schach auf, gut, dann kann ich zwar das Pferd nicht schlagen. Hier, ich werde ja dann zurückgeschlagen vom Turm. Aber ich kann den Turm dann schlagen, was ja fast noch besser ist. Ganz ehrlich, ich mache das. Bester Zug. Entscheidet sich das Pferd hier hinten reinzusetzen, kann man natürlich auch machen, aber dann ist jetzt das Pferd eben weg. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Bester Zug. Jetzt habe ich eigentlich ja schon eine Figur gewonnen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass ich mich wieder aus der Affäre ziehe. Ich könnte jetzt zum Beispiel da hin. Ich könnte aber auch hier hin. Nee, könnte ich nicht, wegen des Läufers. Da auch nicht, da auch nicht. Aber hier würde gehen, oder? Was ist denn jetzt der beste Rückzugszug für Weiß? Interessant. Meines Erachtens gehen beide. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass das immer noch zu dem Rätsel zählt. Ich hätte ja eigentlich gehofft, das ist jetzt gelöst dadurch, dass ich das Pferd gewonnen habe. So, und jetzt soll ich weitermachen. Das ist ja fies. Aber es bleibt dabei, bei diesen beiden Feldern. Ich gehe hier hin, was passiert dann? Da hat eigentlich schwarz nicht ganz so viel Counterplay. Mein Läufer hier steht auch gar nicht so schlecht. Fällt auch gar nicht so auf, aber hier, König ist super geschützt und so weiter. Brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass da jetzt der Gegenangriff reinrasselt. Also hier sehe ich ehrlich gesagt keine wirklich ernstzunehmende Bedrohung für mich. Also wenn schwarz vielleicht mit dem Läufer hier hingeht, dann muss ich halt wieder ausweichen. Könnte ich halt wieder zurück. Cool wäre es, auf ein Feld zu gehen, wo ich noch eine Figur bedrohe. Eine schwarze Figur. Aber zum Beispiel hier irgendwie, sofern der Läufer hier hingeht, dass ich dann sagen kann, okay, dann nehme ich mir noch den Turm weg. Ja, okay. Und jetzt überlegen wir nochmal hier. Da könnte der Bauer hier noch eins aufrücken und mich wieder dazu zwingen, wegzugehen. Das wäre ein bisschen schade. Du, dann ziehen wir mal da hin. Auf die Gefahr hin, dass ich das Rätsel jetzt doch nicht geschafft habe. Nicht gelöst. Dann gehen wir hier hin. Ja, das habe ich jetzt. Ich habe natürlich die beiden Felder gesehen. Offensichtlich war das untere das bessere. Ich sehe nicht warum. Aber tatsächlich. Schaut mal hier, wie der Balken auf einmal in die Mitte geht. Das sind jetzt auch wieder minus 14. Also es war offensichtlich ganz entscheidend jetzt noch dieser Zug am Ende. Warum nämlich? Ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt, Läufer geht hier hin. Bedroht meine. Dame. Aber Läufer kann auch hier hingehen. Und dann ist die Frage, ob... Hm. Ob das irgendwie ein Problem ist für mich. Damenabtausch. Will ich vielleicht nicht. Gehen wir mal da hin. So, ich muss noch mal kurz pausieren. Und jetzt ist die Sache hier tatsächlich ein bisschen schwierig geworden. Also, ähm, mir fehlt dafür die Vorstellungskraft. Ich habe ja beide Felder mir angeschaut. Natürlich kann ich hier sofort wieder bedroht werden. Und dann sieht es möglicherweise nicht ganz so prickelnd aus für Weiß. Ne, aber was hätte jetzt dagegen gesprochen, hier oder da noch hinzugehen? Ja, gibt es halt einen Damenabtausch. Ja, und das ist natürlich auch etwas unangenehm. Ne, aber das habe ich auch einfach nicht kommen sehen. Für mich war irgendwie klar, der Läufer geht hier hin. Und dann sieht man wieder, wie der Balken nach oben schnellt. Oh Gott. Ja, das sind halt die Sachen bei Schach, die mir noch nicht so klar sind. Dass das so ein... Ich meine, seht ihr sowas? Dass jetzt dieser Zug ganz, ganz schlecht ist für Schwarz und für mich ganz gut. Ja. Na gut, ist halt so. Also muss ich jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, dass Dame hierhin auf die hinteren Plätze die bessere Wahl gewesen wäre. Ich hätte ja dann hier den Bauern genommen. Ja, und hätte halt hier alle Möglichkeiten noch gehabt. Ich muss mir einfach mal merken, wenn hier viele starke Figuren auf einem Fleck sind, dass es möglicherweise nur noch wenige Felder für die Dame gibt. Vielleicht hätte ich dann doch mich für den richtigen Zug hier noch entschieden. Gut, wieder was gelernt. Und hoffen wir mal, dass ich das im nächsten Rätsel zur Anwendung bringen kann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.